So, 3, 2, 1 und... Halli, hallo, hallo, ich bin mal im Freien und in der ganzen anderen Folge, manche sie von Matze, ich habe heute noch recht hohe Stimme. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte das LRF zum Einsatz. Ah ne, der normale Kettungsfahrt. Doch, ich hätte heißen. Hätte ich gern das LRF oder? Ne, ich hätte nicht gern das LRF. Da liegt der nämlich. Ja, meine Stimme ist heute ein wenig hoch. Ich habe euch versehen. Ich weiß nicht, irgendwas verschluckt, dass meine Stimme höher macht. Es war kein Helium, das kann ich nicht sagen. So. Ähm, der RTW ist raus. Kannst du dir schon mal... Ja, mach dir erstmal die Schuhe zu und dann kannst du die Trage holen. Weil der hier ist, glaube ich, schon so weit, ne? Geh los, geh los, geh los. Absitzen. Aber du den Rennungsruf sagt... Ach so, war das ein Bootnotarzt? Ach ne. Er ist über die Gabel wahrscheinlich gestolpert oder so. Wer weiß, wer weiß. So, du kannst schon mal die Trage ausrüsten. Zumindest ausrüsten. Du holst dir den Schützling. Und dann geht's auch schon weiter. Ja, so. Ich habe gesagt, ich würde gerne ein kleines Feuerchen machen. Vielleicht auch ein größeres. Ich weiß es noch nicht. Aber ein größeres. Das artet nachher aus und schaffe ich nicht in einer Folge, ne? Wir können ja einfach mal... Also langsam geht ja der ganze Rettungsdienst ja auf den Weg. Wir können ja einfach mal ein... Nachdem wir den hier alarmiert haben... Akutes Abdomen, da schicken wir wieder beides. Haben wir hier einen Notarzt. Da haben wir einen Notarzt. Und hier unten haben wir bestimmt einen RTW, oder? Ja, da haben wir einen RTW. Den nehmen wir auch mit. So, den schicken wir nach... Müsste hier im Gebäude sein, ne? Nach, äh... Ja, fahrt mal nach Griechen. Gut, den könnt ihr auch ins Krankenhaus. Sieht der gut aus? Ja, guck mal, der ist ja schon wieder fast voll. So, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein zufälliges Feuerechen und alles. Damit wir hier ein bisschen zu Potte kommen. Ihr fahrt mal ein bisschen weiter weg. Hab ich Lust drauf. Achso, der Notarzt kann auch wieder starten. Das ist 2. Du fährst durch, du parkst hier und zwar direkt vor der Tür. Oh, jetzt wird er so langsam. Oh, Notarztbegleitung. Ja, gut, kriegst du. Ah, jetzt ist der Notarzt gerade drin. Was bist du? Du bist eine RTW. Ja, das war schon gerade doof. Absitzen. So, Leute, kommt. Hier, ich möchte ihn versorgen und dann... Einmal bitte da rein. Dann hätte ich gerne einmal... Bist du jetzt wieder einsatzbereit? Nee, noch nicht. Doch. Einmal hier zum Abtransport. Ähm, wo liegt der denn? Wo liegt der denn? So, dann lösen wir jetzt einfach mal ein... Hat er das... Hat ihm das... Nein, hat er nicht. Einmal nach hier, bitte. Oder was kommt da? Auch nur ein Rettungswagen. So, jetzt wollte ich ein zufälliges Feuer auslösen. So. Mal gucken, was uns da erreicht. Wer uns überhaupt irgendwas erreicht. Manchmal drückt man da tausendmal rauf. Später steht die ganze Karte in Flammen. Aber man selbst hat gedacht... Ja, da kam doch nix. Das Feuer muss ich ja auch erstmal ausbreiten. Solange das nicht hier irgendwo ist. Oder selbst hier. Als ich das letzte Mal mit Till... Äh, ist das Ding hier explodiert. Das hier hat sich hier lang gefressen. Und jetzt stand hier nachher der... Der gesamte Wald im Freilamm. Das mag ich eigentlich auch recht gerne. So ein Waldbrand hier. Nochmal RT. Aber gut, dass du gerade wieder frei bist. Hallo? Ach so, Desinfektion. Ähm, dann hätte ich gerne dich. Ach ne, ich hab hier doch noch das LRF. Genau. Ah, bitte. Ins Kino. War das mit Notarzt? Hypoglykämie? Nein, wieder eine Unterzuckerung. Och Leute, was macht ihr denn hier? Seid ihr alle nicht eingestellt? Ach, der Notarzt ist ja gar nicht mehr abkömmlich, ne? Der ist nicht da. Der ist nicht da. Alles nicht da. Ja toll, den muss ich jetzt von außerhalb alarmieren. Für hier einmal. Aber die da. Hier fährt bitte der. Und... Wollte ich jetzt noch einen Notarztin haben? Wollte ich noch irgendwo einen Notarztin haben? Gewaltverbrechen wird abgearbeitet. Für ihn ist das... Ah, guck mal, da ist es. Das ist einmal was für Wache 3. Und die Autobahn-Polizei. Einmal die... 4 bitte nach... Hier. Und die 5. Nach ungefähr hier. Sperren wir die linke Spur, würde ich sagen. Und ihr geht da jetzt erstmal rein. Fahrzeug kann ich ausdrücken. Zu wenig Personal. Das heißt, sie kommen bloß mit einem Fahrzeug. Ich hoffe, es ist das TLF. Nein? Ja. Ja. Obwohl, warte mal. Die hatten jetzt... Zwei Fahrzeuge hatten auch gesagt, wir können nicht, ne? War das richtig gemerkt? So, wo liegt der denn? Wo liegt der denn? Irgendwo hier. Da liegt der. Ach ja, in der Kampagne, ne? Also in der Original-Kampagne gab es ja auch mal so ein Museum. Die Explosion da. Puh. Schöner Einsatz, schöner Einsatz. So, wie sieht's hier aus? Der sieht gut aus. Zufälliges Feuer. Ja gut, hätte schöner sein können. Du positionierst dich jetzt hier. So. Dann hätte ich gerne mit der 4 Richtung Osten die innere Spur gesperrt. Dankeschön. So, einmal bitte dein Ding aufstellen und absitzen. Aber dein Blaulicht lässt du bitte an. Dann holst du dir einmal Kegel. Und dann sperren wir hier mal eine Runde ab. Einmal. Hier. Ich hatte auch noch einen davor, aber das war mir jetzt zu anstrengend. Da kommen sie doch schon. Sehr cool. Zwei sogar. So, nice. Ach nee, ist nur das, äh, 11. Ja, reicht doch. Finde ich. So, ich lass den hier erstmal nochmal. Sende. Positionieren. Sehr schön. Guti. Unfallstelle ist abgesichert. Einmal den Gruppenführer bitte. Äh, du positionierst dein Auto. Bitte dran vorbeifahren. So. Jetzt schleicht er da natürlich hin, was, äh, unschön ist, muss ich sagen. Ich mag das nicht. Objekt löschen. Äh, du kannst mal einmal erkunden. Hm, ah nee, Hydranten, ja, such mal nach Hydranten. Du wirst hier keine Hydranten finden, du Held. So, absitzen. Einmal bitte einen Schlauch. Du einen, äh, Schlauch. Und du startest da die Pumpe gleich. So, weil ich würde das gerne lieber Verteiler machen. Ah, ein Stück kannst du noch Verteiler legen. Na ja, auch zwei Leute einsetzen. Ich geh's mal zur Polo und quatsch ein bisschen mit denen. So, dann kannst du dich da einklinken und du startest die Pumpe. Du bist schön vor dem Auto stehen. Also jetzt schön dran vorbeiarbeiten. Schön. Ich find das Bild ja immer ganz geil, wenn die das hier so... Kannst du mal einmal dein... Das auch anmachen? Danke. Und jetzt noch einmal das Blaulicht aus und wieder an. Klapp mal nochmal ein. Klapp mal nochmal aus. Geht's jetzt? Warte mal, ich zeig doch noch nichts an, oder doch? Hallo? Blinklicht? Jetzt. Jetzt ist aber wieder der Dings aus, der Warnblinker. Jetzt ist der an. Jetzt ist beides an. Sehr schön. Können wir eigentlich ein kleines Bild von machen, ne? Klick. Achso. Wie geht's ihm's? Ims geht's gut. Dann kannst du dir schon mal die Trage schnappen. Die anderen Einsätze dürfen wir ja hier vor lauter Brandbegeisterung... ...dürfen wir die anderen Einsätze natürlich nicht vergessen. Haben wir bloß zwei, ne? Ah ne, der hier muss ja auch noch weg. Spät ist das? Sechs Uhr morgens. Ach, der ist auch schon wieder da. Brauchst bloß da reinsteigen. Und dann fahren wir mal los. Der tut er. So, dann haben wir den hier. Ims. Und den kannst du dir anholen. Ich finde das ja schon ein schönes Bild, ne? Kann man ein bisschen dicht da rangehen. Ja, bin unterwegs. Schon ein schönes Bild. Die Polizei sichert ab. Die Feuerwehr bekämpft. Den Brand. Ach ja, 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 ja. So. Oh ja, auch schon wieder. Ich hätte noch mal Lust auf ein Feuer. Aber ich habe immer Angst, dass das so riesig wird. 20.000, äh, brennende, brennende Objekte. So, nimm mal weg. Aufsammeln. Minus. Äh, dieser Schlauchpack. So, dann kannst du... Dann mache ich doch hier drüber, ne? Status 1. Ja, doch gerade. Hast du das wirklich gehört? Ich habe doch gerade auf dem linken Ohr eine Brandmeldeanlage gehört, oder nicht? Kriege ich auch noch mal. Kann ich dich kurz was fragen? Robin, ich kann gerade nicht. In 5 Minuten. Robin hat mir gerade geschrieben, ob er mich was fragen kann. Ja. In 5 Minuten, lieber guter Robin. Ich war der Meinung, ich habe gerade auf dem linken Ohr eine Brandmeldeanlage gehört. Aber egal. So, dann fahrt ihr mal nach hier oben. Ach, sorry. Geh da mal weg. Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ach, bleib stehen. Fest, nein. Ja, du solltest doch nicht mit Blaulicht hier herfahren, du Held. Ah, wo ist der Hydrant da? Jetzt hätte ich gerne mal einen Gruppenführer. Weiß mal bitte dein Auto ein, dass es hier stehen soll. So, wenn wir mal von der Autobahn kommen, müssen wir ja auch den Tank wieder auffüllen. Da ist immer frei. Der ist weg. Gut, dann ist hier die Straße auch wieder frei. Und ich weiß natürlich nicht, welcher von den beiden MTR, äh, von den beiden, jetzt muss ich gleich niesen. Oh Gott. Oh Gott. Weil ich mir nicht gemerkt habe, ob das der mit der gelben Beflackung war. Jetzt haben wir hier noch einen schweren Verkehrsunfall. Oh. Ähm. Du da. Einmal bitte ganz schnell nach da da. Du da. In den da rein. So, ähm, nee, falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte auf den und den den Rüstzug, bitte. Alarmieren. Jetzt kriege ich hier nicht mal ein Feedback. Weil jetzt kann theoretisch der Rüst... Kein Personal für Rüstwagen. Ja, halt so. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Der RTW muss mit. Und dann bräuchte ich noch einen Notarzt hier. Bitte. Hören. N.E.F. 3 und dann hätte ich hier gerne... Oh, komm mal hier. Oh, das steht doch schon mal gut da. Ähm, kannst einmal nach hier fahren. Da reicht einer, definitiv. So, wie geht's ihm? Ihm geht's gut. Hören. Wollen wir noch einen zweiten Rettungswagen denn? Können wir auch aus R3 holen. Oder wir holen uns den ITW, aber nö. Nö, 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 nö. Den 3 RTW 1 holen wir uns. Oh, schöner Streifewagen. Aber was ist da passiert? Fahrerflucht. Du gehst nach hier. Absetzen. Du schneidest bitte. Du lenkst den Verkehr in die andere Richtung. So. 1, 2, warte, bis die 3 weg sind. Kannst du dich auch mal vernünftig hinstellen. So. So. Passt schon. Höre. Ja, jetzt steht ihr natürlich im Weg. Aber egal. So, du stellst dich nach hier vorne. Bitte mitten auf die Straße. Denke. Und du fängst bitte an zu schneiden. Was gibt's? Danke. Alles klar. Oh, was war das denn, Frau Notarzt? Fliegen durch die Luft. So, wir müssen die Autobahn noch wieder freigeben. Ja. Machen wir gleich. So, Frau Notarzt. Dann einmal bitte nach da. Und dann sammelst du einmal bitte die wieder ein. Ah, fängt hinten an. Ja, ja. Ja, lauf vor den LKW. Passt schon. Keine Sorge. Oh, ich hab eine Nachricht, Robin. Was hast du für Filter bei OES? Ja, was weiß ich, was ich für Filter gerade hab. Oh, Robin, gib mir noch fünf Minuten. Mann, 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 ey. So, mit Doppel-O. So, der ist auch da. Dann können die Kollegen übernehmen. Oh, andersrum hin. So. Wie übernehmt ihr? Wie geht's ihm? Ach, ihm geht's gut. Ihn könnt ihr direkt einladen. Braucht ihr gar nicht mal behandeln. Robin! Ich nutze gar keine Audiofilter bei OBS. Mann, Mann, Mann. So. Ich verlinke ihm jetzt einfach das Video hier. Guck es bis zum Ende und du wirst erfahren. Ah, Robin. Robin, Robin, Robin. So, einmal ins Krankenhaus, bitte. Danke. So, wie den zweiten Pudelmanzisten? Wie geht's ihm? Ihm geht's auch relativ gut, muss ich ja sagen, ne? So, äh, wo ist der Mann? Ah, hat er sich da... Wieso hab ich denn darauf gekriegt? Ich bin bescheuert. So, mein Allentor. Jogel, Gott, nicht weiter. Mann, 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 ist grüßend gewesen. So, hier. Ach so, ja, der müsste jetzt auch deine Truppe mal raussteigen. Sich einen Schlauch schnappen. Der Kass kann wieder einsteigen. Und was auch wieder aufsteigen? Ich will ja bloß den Teig wieder voll machen. So, jetzt kannst du hier... Wo ist er da? Einmal bitte einklappen. Und Status 2. Und dann gebe ich jetzt die Straße wieder frei. Richtung Osten, genau. So. Jetzt ist die Frage, muss man abgestreut werden? Jo, ihr beide könnt euch mal jeweils einen Sack holen. Ich weiß nicht, sind das zwei Flecken oder einer? Das ist gerade nicht besonders dessen differenzierbar, weil hier ist einer, ich glaube, das sind zwei. Mal sehen. Oh, man muss die Dings halt nochmal kommen, der Betriebshof. Abstreuen, ja, also jetzt von hier aus gesehen sind es zwei. Aber vielleicht ist auch noch ein anderer drunter. Na gut. Wie das ausgeht mit dem Einsatz hier und so weiter und so fort, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken, würde ich sagen. Ja, mit diesem Bild entlasse ich euch in den restlichen Tag und schön, dass ihr zugeguckt habt. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr zuguckt. Und ja, hau rein, bis denn und tschüssekowski. Bis zum nächsten Mal.